Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu WWE2K16, unser kleines, großes, riesiges King of the Wing mit Onkel Gamer-Shack-LP. Ja, hallü... Hallü, hallü. Oh manche. Und gerade habe ich ihn von oben mit meiner Morse erwischt. Na, da, da. Warum musst du denn jedes Mal die letzten Matches verraten? Ich sage doch nur, dass ich dich verprügelt habe. Ja, das heißt ja gar nichts. Das heißt ja überhaupt gar nichts. Ich habe nur gesagt, ich habe dich verprügelt. Ja, aber unsere ganzen Zuschauer sind doof. Weißt du? Du brauchst dich doch immer mit dir vergleichen. Du hast im letzten Part angefangen, dass die Wok weg ist. Das ist ja auch schon verraten, oder? Habe ich überhaupt nicht gesagt. Doch, guck deinen Part an. Nein, ich habe nichts gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Merkt ihr das, lieber Ockel? Lieber Zuschauer, ist normal, der Ockel wird halt alt. Nein, habe ich nicht gesagt. Guckt es euch selber an, habe ich gesagt. Ich gucke es mir gleich nochmal. Auf jeden Fall war es ein cooles Match. Ein episches Match. Ein mega episches. Ihr seht jetzt, ich war nur das Gegner. Wer habe ich denn? Du bist Rick Root. Was? Rick Root. Mega cool. Rick Root, wo bist du? Fängt mit R an, oder? Nein, nein. Mit F. Da, ich habe ihn. Mega nice. Wer jetzt auch verliert, darf in der nächsten Runde wieder einen Wrestler mit rübernehmen. Also wieder mit Reiden, der schon verloren wurde. Das ist das letzte Mal. Und ja, das ist der Gegner. Alter. Das wird nicht einfach, meine lieben Freunde. Aber ich habe ein großer Höschen. Ja, also der Wrestler auch. Hehehe, ich habe ein Stück gedauert. Hehehe, das hat aber ein Stück gedauert. Komm, okay. Hehehe, hehehe. Hm, macht man das heutzutage? Du hast ein angeschnupftes Taschentuch in der Tasche. Hm. Lecker. Ja, ich komme raus. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist jemand, der es bekommt. Das ist jemand, der es hat. Das ist jemand, der die value der harde Arbeit und Dedication. Oh, da gibt es erstmal einen Schlag von mir. Äh, hörst du auf damit. Oh, der kommt doch immer wieder raus, ne? Ganz schlimm, der Junge. Ja. Du bist schlimm. Ähm, haha. Hehehe, geil. Wie geil war das denn? Das hatten wir aber auch noch nicht. War auf jeden Fall cool. Oh, geht schon weiter, ne? Oh. Oh, okay. Äh, noch nicht. Wir machen erstmal weiter hier unser Duell. So nicht, mein Freund. Ja, siehst du, das ist unser Duell weitermachen. Oh, ja, okay, so, das war jetzt sicher X gedrückt. Kann, ja, dann steh auf, so, okay. Gleichberechtigung, und jetzt. Ah, du Drecksack. Da sagst du mal, Gleichberechtigung kommt der gleich mit so einem Hyper-End-Kick an hier. Hallo? Macht meiner was? Nein, der will nicht. Meiner will nicht. Warum auch? Rick, Rude, steh auf, bitte. Mit deiner Rude. Du Rude. Alter. Irgendwie klemmt man sich doch da bestimmt was ab bei dem Move. Ja, sicher. Deswegen macht man den doch. Kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass das weh tut. Oh, ich krieg hier grad echt auf die Lümmel hier. Merkt ihr das? Ich hab keine... Oh, oh. Oh, oh, du machst eine Aktion, du machst Oho? Hm, ich hab keine Oho mehr. Was? Ja, hier, die Konter-Dinge hab ich nicht. Und du hast noch vier Stück. Ne, drei. Na, oh, er kontert direkt. Oh mein Gott, wieso? Ich will nicht. Lasst mich raus hier. Und jetzt hab ich die Arschkarte. Nein, geh raus aus dem Ring, rennen. Nein! Wieso? Hahaha. Oh, ich krieg hier echt auf die Nase. Jetzt kam er schon? Ehrlich jetzt? Komm raus und dann muss es sinnlos machen. Komm raus. Spielen. Oh, jung. Come out to play. Und das ist schön. Naja, schon, ist ne gute. Mein Luke Harper. Ach so. Mein Luke Harper, denn das ist bis jetzt auch einfach nur am Durchlaufen. Ich hab keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich hab sowas noch nicht gesehen. Ja, ich kann nichts machen, liebe Freunde. Ich hab keine... Ey, ey, ey. Das ist ja auch gut hier. Das war ja fast so gut, wie das andere von mir jetzt. Ja, das Spiel hat keine Bugs, liebe Freunde. Nein, es ist absolut grandios. Er steht und dann liegt er wieder. Oh, jetzt hast du... Doch, du hast den Konter geopfert dafür, okay. Hä? Aua. Aua. Oh. Aua, aua, aua. Und Luke Harper hat Schmerzen ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja, wenn du dann noch gute kommst. 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 Eine halbe Stunde wieder Zeit verloren bei dem Move hier. Boah. Geh weg. Ist das dein S gewesen? Ja. Nix ist over hier. Also der Dämmische tut, du. Mann, der Scheißer wieder labert da. Geh weg. Du ries. Du ries. Juhu. Du ries. Und jetzt komme ich. Ich kann das auch. Oh. Nein, nein, nein. So, uns gehen, seid ihr abgewechselt hier. Und meiner steht natürlich wieder sofort auf, weil er Lust hat. Oh. Miau, 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 miau. Hm. Nochmal. Oh. Amen. Aua. Ja. Der schlägt mich einfach. Was macht, macht meiner da? Da kam es denn voll aus. Oh. Okay, da habe ich ihn ja schon. Gabam. Mann, mein Finisher hätte sitzen müssen. Alter, Luke Harper ist schon eine andere Telefonnummer. Gibt keine Nummern mehr. Alter, was ist das denn für ein Scheiß Konter jetzt? Habt ihr das gesehen? Er nimmt mich ganz locker. Ich bin noch nicht mal mit Anlauf auf ihn gelaufen. Aber, mein Freund, ich kann das auch. Scheiße. Scheiße, ich bin immer so, Junge. Doch, das ist Elan, mein Freund. Elan. Ja, das ist kein Elan. Das ist Bibi. Wieso habe ich denn keinen Finisher bekommen? Ich habe dir den doch geklaut. Du hast doch die Kelle gekriegt. Reicht doch. Oh, mein Finisher wollte ich haben. Das ärgert mich jetzt. Warum? Ja, weil ich meinen Finisher haben wollte. Und jetzt hast du ihn wieder geklaut. Sehr schön. Super, wundervoll. Yeah, Megaman. Und er macht hier nur noch sein S. Merkt ihr das? Merkt ihr? Er macht nur noch sein S. Merkt ihr das? Oh, oh. Er zappelt schon wieder so komisch. Er hat gereimt. Ja! Boah. Mein Herz, ey. Mein Herzchen. Toch, Herzchen. Das Polterding. Das Poltersteinchen da. Stell Schnuppel. Schnuppelchen. Ich habe dich umgeworfen. Ja, hau ab. Sau, gut so. Hau ab. Da. Hast du verdient, weil du abgehauen bist. Stell dich wie ein Mann. Lass dich da gehen. Sau, bitte lass einmal durchgehen. Ja! Yeah! Der war der Arsch. Jeder das, was er verdient. Das rumgeschwule gefällt natürlich. Oh, was? Du bist doch noch richtig fit. Oh, jeder soll sein. Oh, ja, ja. Bloß weil ich rausgekommen bin, muss ich natürlich topfit sein. Ja, ja, ja. Du bist damit in schlechten Reaktionen, ja? Ja, meiner ist ein bisschen nervös hier. Ach, komm schon. Was war das denn jetzt bitte? Ja, ich muss erst kurz ein bisschen Ausdauer haben. Warum denn? Mach doch wenigstens irgendwas und steh'n da unten rum. Ja, ne, Ausdauer kommt ja von nix tun. Das war doof jetzt. Was? Wir haben die Aktion von mir. Ich aktion von dir? Ja, ich wollte ja, ne? Was? Wo ich reinkomme, wo du angereinkommst, wollte ich blocken, aber hat nicht geklappt. Und das war ne doofe Aktion von mir. Ach so, das weiß doch keiner. Ich aber. Was machst du denn da für Moves, ey? Was soll denn der Scheiß hier? Oh. Alter Falter. Machst du mich aber nervös hier? Machst du mich aber ganz schön nervös? Noch nervöser. Oh. Au, jahuuu. Mann. Ding, ding, ding. Ich steh' auf diesen Move. Ach, komm. Ja. Oh, leck mich doch am Arsch. Nein. Scheiße. Aber schön gemacht. Du bist so klein geworden. Ich glaube ich. Nein, scheiße, Rotze. Oh, Mann, ey. Oh, ich hab mich schon so gefreut. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Nach deiner geilen Aktion gerade, ey. Oh, du mit deinem scheiß Finisher da. Ja, dann. Müssen wir doch machen. Ja, ja, der nervt schon. Der müsste schon richtige Beinschmerzen haben, weil ich lande ja immer auf den Beinen. So, jetzt mach doch mal. Zieh doch mal. Oh, bitte nicht. Nein. Ja. Oh. Jetzt ist es vorbei, Leute. Leute, es ist vorbei. Oh. Komm schon mal raus, oder? Komm schon. Ja. Das gibt's. Ja. Juhu. Bigger Großvater. Du musst ja noch ganz schön fit sein. Du musst ja schon was anderes einfallen lassen. Du musst ja noch ganz schön fit sein. Oh, das war ein Mega-Mini-Fitzel war das. Meine Frisse. Gott, ey. Gott, im Vorderland hier. Was geht hier ab hier? Der trümmert mich hier durch die, durch den Block. Ich kann das auch, mein Freund. Ist zwar ein bisschen ein sehr steifes Match, wie die sich bewegen und so. Nicht sehr schnell und elegant, aber für uns, die hier am Controller sitzen, verdammt spannend. Ach, Mann, ey. Mein Eske nicht geklappt, ey. Ich werd hier echt... Komm jetzt. Och. Och. Komm jetzt. Gott sei Dank, ey. Nein! Kommt da noch raus! Ich glaubet nicht. Ich flipp aus. Oh. Oh. Schon wieder. Gibt's aber gar nicht, ey. Gebet nicht, liebe Freunde, gebet nicht. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt. Oh, Mann, ich hab noch gedrückt. Nein. So, aber jetzt, das muss es gewesen sein. Das muss es einfach gewesen sein. Zwei... Ja, das gibt's doch doch! Ja! Dieser kleine, miese Penner. Nein! Ey, dann, was gibt's nicht? Nein! Mann, ey. Hm. Okay, jetzt. Jetzt. Das ist mein Ding jetzt hier. Komm, bitte. Oh, T-T-T. Oh, wenn der sich mal bewegen würde, der Affe, ne? Nein! Nuck, 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 nuck. So ne Scheiße! Oh, Mann, ey. Leute, das Match ist echt anstrengend hier, wisst ihr das? Auf jeden Fall. Einfach mein Typ, der ist auch total fertig. Komm, steh da auf, meine Fresse! Nein! Weg damit! Ach, komm, ey. Alter Schwede. Oh, schon wieder, ey. Der will mich doch verarschen, ey. Das ist nur mein Endfinisher, gar nichts dafür. Der will mich voll verarschen, der Sexsack hier. Sexsack? Der Drecksack. Und zack! Nein! Komm wieder nicht raus! Kacke! Oh, bitte, mach ihr was! Komm, ich bin auf dem Schraub. Komm, los! Nein, 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 nein! Eins! Zwei! Nein! Kacke! Oh, schade! Kacke! Keine Chance, die Freude, keine Chance! Mann, wie oft ich da rauskomme! Mann, das war so minimal! Waaah! Es hat auch nichts geklappt von meinen Finishern! So! Boah, aber das ein hartes Match! Okay, ich kann dir eigentlich schon voraussagen, wenn du zurückholst. Ja, fängt mit U an! Und dann mit, äh, und da takka! Wird mit UN auf und, äh, fängt mit UN an und wird mit der Taker auf! Genau! Mh, oder welche Stelle möchtest du denn gerne haben? Weil du hast jetzt ja genau acht Stellen zur Auswahl. Sag an! Also von eins bis acht sozusagen? Drei! Drei! Eingetragen, gut! Das ist also für den Rivano! So, meine lieben Freunde! Und ja, somit ist auch das nächste Ding beendet. Wir kommen jetzt dann zum Viertelfinale, meine lieben Freunde! Und, äh, das abdünschen, jetzt steigt das Viertelfinale. Und das war jetzt also gerade das Achtelfinale, was wir beendet haben. Jetzt kommt das Viertelfinale. Und sehen wir uns dann morgen dazu. Bis dahin! Ciao! Ciao!